hallo ihr lieben ich bin wieder zurück mit viel kraft und willenskraft bin ich wieder zurück und wollte euch ein video drehen ich bin wieder zurück werde weiter videos drehen über die geschichten von meinem heim und meine kinder geschichten erzählen weil mir das spaß und freude macht vorher hatte ich keine zeit und klingt mir auch nicht so gut habe viele fehler gemacht müsste mehr zeit für mich haben ich helfe immer anderen gerne und bekomme nichts zurück aber ich helfe gerne anderen die traurig sind die leiden helfe ich gerne auch tiere helfe ich ich habe auch viele sachen verkehrt gemacht in meinem leben die ich machen hätte sollen aber ich liebe tiere ich werde das alles wieder gut machen in meinem leben die beiden geschichten erzähle ich euch was mir passiert ist und so ich werde nie aufgeben ich werde immer weiter kämpfen dass ich vernünftig bleibe mein leben war hart ist immer noch hart werde nie aufgeben die beiden geschichten kommen noch